Das ist unser Weg raus. Hätte ich nur einen Weg, da zu hochschämen. Ich habe das bereits gemacht. Oh, ich könnte ihn schützen. Das sieht nicht aus. Das ist ein Rohr. Hier ist eine Karte von Haaren, die ziemlich lecker sind. Ich könnte das wahrscheinlich ausziehen, um das Haar rauszuholen. Da. Da. Ich sehe keinen Punkt, in der sich an dieser Rohr zu halten. Das ist ein Rohr. Das ist ein Rohr. Das sollte jetzt ein Rohr verstopfen, wenn du an die Haare rauskommst. Oh. Nein, danke. Danke. Ich lasse das da. Das ist ein Rohr. Das ist nur das, was ich für den Zauber brauchte. Zeit, um ihn zu dem Kessel hinzuholen. Das ist ein Rohr. Das ist ein Rohr. Das ist ein Rohr. Ich denke, ich bin nicht interessiert in das. Das ist ein Rohr. Ein schweißes Rohr. Sieht zu schön, um die alten Witch zu sein. Ich frage mich, wer es ist. Das ist mein Neid. Ich öffne das Rohr jetzt. Wie ehrig. Ein typischer Witch-Dekoration, doch. Nein. Es ist zu weit weg von mir. Öffne das Rohr jetzt. Ah, ja. Ich muss es mit der Moonlight scharfen. Mal sehen. Hm. Es sieht nicht anders aus. Vielleicht, wenn ich ein Platz außerhalb gefunden habe, würde es besser funktionieren. Nein. Nicht Stuhl. Nicht Stuhl. Nicht Stuhl. Nicht Stuhl. Okay, das war lustig. Mal zurück zu zu gehen. Hallo, Ben. Hallo, Anna. Wie geht's dir? Ähm. Ja gut. Informieren wir uns erst einmal über die Tatsachen, die wir bereits geschafft haben, zu akquirieren. Okay. Ich versuchte, dass die Witches-Sechrelle Tür unten drüben. Das einzige Problem ist, dass es mich einfach in einen Basement gebracht hat. Es gab eine... ...Mirror da drin. Eine Art Magik-Mirror. Er hat mit mir über ein Spell, um uns von der Witch zu beschützen. Das klingt sehr gut. Ich würde sehr gerne sein, dass sie sich von ihr beschützen. Da ist ein Fisch, doch. Wir brauchen einige andere Dinge. Eine Ravensfeather. Eine Haare von der einen, die du von der Schutz von der Züge brauchen. Eine Blössung von den dead über die Kauldern sie in sind. Dann, ich muss sie in eine Boil zusammen. Und dann, ich muss sie in einen Amulett schmerzen. Du hast nicht gesehen, dass diese Dinge in einem Jahr. Nein, ich bin entschuldigt, Anna. Ich habe keine von diesen Sachen gesehen. Vielleicht hat die Wälder einige in diesem Basement, oder vielleicht hat sie einige Bücher über sie. Vielleicht? Ja, das ist wahr. Vielleicht macht sie das. Ich hätte besser nachher schauen. Okay, Anna. Good luck! Wir haben das Loch interessiert, was wir über seinen Kopf erzeugt haben. Aber gut, mir fällt jetzt hier auf Anhieb keine Möglichkeit ein, da hochzukommen. Es sei denn, wir könnten das Bett rüberschieben und da mal so richtig schön jump, jump, jump oder bing, oben sein. Daher fragen wir nochmal Juringal nach den Blassing of the Dead. Das ist die nächsttote Person, die wir ansprechen können. Juringal? Sind Sie da? Hi wieder, Anna. Juringal? 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 You lied to me. There's no passageway, just a basement. Okay, okay, just hear me out. In the basement, Winfrieda has something to untrap me. Well, it's a plain gold ring. My wedding ring, actually. The thing is, I kinda don't know where it is exactly. But I know Winfrieda keeps it downstairs. Please, I beg you. Find my ring and bring it to me? Alright, I'll find it. I just need a little help too now. I'm going to try to make a spell. A protection spell. And apparently I need to have the cauldron downstairs blessed by the dead. Oh, yes, yes, sure, I'll do that. Just get the ring, okay, Anna? You have to find it. Your ring? Juringal? Are you there? Hi again, Anna. I found it, your ringal. Is that... Could it be? Let me see. Hold it out for me. I... I don't believe it. I'm free! Yay! That's great, your ringal. Yurinde! I... I have to go find Yurinde. But, um... Do you mind just helping me quickly with the cauldron? My little nightingale! Oh, my silent dove! Your Yuringo will find you and save you from this wretched place! Um, yes, but Yuringo? The cauldron? Fear not, my nightingale! I'm coming now! Yuringo! Please wait! Yuringo? Great! Thanks a lot, Yuringo! 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 Now how am I going to find someone to bless the cauldron? Yuringo! 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 It's long gone! So much for his help! ... mich freakt... ... jetzt wollte ich schon sagen, es freakt mich aus. Ähm, ich finde dieses Porträt dann noch ein bisschen arg schräg. Vor allem, was ich interessant finde, ist, dass sie... Oder? Nee. Nee, nee, doch nicht. Ich dachte, sie trägt ein anderes Hemd da drauf. Aber da weißt du, dass es... Wisst ihr, was das anders bedeutet? Das bedeutet, dass sie immer dasselbe Kleid trägt. Das ist genauso irgendwie seltsam. So, ähm... Der Hexenhut, der sagt mir immer noch... Das ist immer noch ein bisschen schräg bei der ganzen Sache. Hm. Briefbeschwerer. Wofür könnten wir den gebrauchen? Das Papierweite ist schwerer, als es sieht. Hm. Es ist schwerer, als es sieht. Okay, ich stehe jetzt offiziell das erste Mal auf dem Schlauch. Zum Glück ist das eine bessere Sache, als es damals mit, ähm... The Night of the Rabbit war. Damals war das ja ein kleines Theater, muss ich ehrlich sein. Wo man wirklich jeden kleinen Grab... Man hat was herausgefunden und musste wieder was Neues... Äh, musste dann wieder eine Stunde lang alles herumprobieren, bis er wieder was Neues herausgefunden hat. Okay. Hm. Wie kriegen wir das jetzt nun gebacken? Was haben wir hier noch zur Verfügung? Ein Bücherständer, mal gucken. Hm, nein. Ich glaube nicht, dass ich es benötige. Ich verstehe es. Die Witch würde das Spiegelbückel dort legen, während sie arbeitet. Ich glaube. Hat der Spiegel noch was zu sagen? Ja, wiederholt, Mirror. Hm. Explain this spell to me again. Turn to page 44, and there you shall read... Of this spell with such strength that you will meet your need. It is an amulet you cast it on, and wear from Hedgeford. Then all the tricks from the witch can simply be ignored. Oh, lass uns mal sehen. Hm. Warte, all diese Ingedienste? Mirror? Wie werde ich... Rest sicher, Didger, in dieser Tau. Diese sind wahr. Okay, er wird uns nicht besonders weiterhelfen. Ich werde hier, wenn du dich verhielst. Okay, okay. Okay, mal gucken, ob das Pergament irgendwas macht. Ich glaube nicht, dass ich es nicht brauche. Ich sollte nur versuchen, diese Gräte zu verhielten, um einen besseren Blick zu finden. Hm. Hm. Ähm. Telekinete? Hm. Aber seht ihr dieses kleine Taschentuch mit einem J drauf? Ich glaube, ich weiß, wem das gehört. Das Skeleton scheint eine ziemlich tiefe Grip zu haben. Das muss ihnen sehr wichtig sein, wer sie waren. Ich werde es aus der Hand auszuladen, bevor ich das probiere. Nein, das ist zu f... Ach, das sind die einzelnen Finger, die hier gehen? Nein, das ist zu weit entfernt von mir. Dieser Mann ist entscheidend, sich an seinen Handkopf zu halten. Ich muss auf die Handkopf zu denken, wie ich es schreibe. Ich denke, es hat sich festgelegt, vielleicht wegen der Handkopf zu halten. Der Mann ist entscheidend. Ich muss auf die Handkopf zu denken, wie ich es schreibe. Dieser Mann ist entscheidend, sich an seinen Handkopf zu halten. Und deshalb müssen wir darauf reden. Ich muss auf die Handkopf zu halten... Ich muss auf die Handkopf zu halten. Und ich muss auf die Handkopf zu halten. Ich muss auf die Handkopf zu erkennen. Ähm... Schau... Sieht, es ist schnell in all dieser Gunk. Sieht aus, dass ich einen anderen Weg herausfinden muss. Es ist zu weit weg. Ich kann es nicht erreichen. Es fiel da unten, als ich es mit meiner Macht aufgelöst. Wow, das klingt immer sehr, sehr bizarrisch. Sieht aus, dass die Schleifung der Schleifung aufgelöst. Alles sieht aus, wie die Schleifung der Schleifung, die Schleifung und... ... Menschen. Sieht aus... Sieht aus... Sieht aus... Sieht aus, wie die Schleifung, die die Schleifung versucht hat, mich zu vermitteln. Hm... Sieht aus, dass ich das nicht erreichen kann. Es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns, wenn Anna ihrer Quest einen Schritt näher kommt. Fiat die Gott.